Also analysieren wir mal die gängige Auslegung von 2. Thessalonischer 2 anhand dieser Grafik. Hier haben wir die 70. Jahrwoche. Die wird auch als die Trübsalzzeit beschrieben. Und während dieser Zeit soll der Antichrist einen siebenjährigen Bund schließen. Also ein siebenjähriger Bund zwischen dem Antichristen und Israel. Auf die 70. Jahrwoche folgt dann das tausendjährige Reich. Und laut der Lehre der Entrückung vor der Trübsal wird das erste Kommen Christi bis in Wolken irgendwo hier sein. Also vor dieser 70. Jahrwoche, die auch als der Tag des Herrn bezeichnet wird. Die 70. Jahrwoche soll beginnen mit dem Bundesschluss zwischen dem Antichristen und Israel. Das ist nicht so, sehen wir aber gleich nochmal. Und weil man nicht genau weiß, wann die Entrückung ist bei dem ersten Kommen Christi, der nur bis in die Wolken kommt und die Gemeinde ihm dann entgegengerückt wird bis in die Wolken und dann bei dem Herrn sein wird alle Zeit. Da weiß man nicht genau, wie lange die Frist ist zwischen der Entrückung und dem Beginn der 70. Jahrwoche. Und dann setzt man hier eine Zeit X ein. Also die Entrückung kann nach dieser Vorstellung jederzeit passieren. Und natürlich vor oder bis zur Entrückung reicht dann die Gemeine Zeit. Und dann gibt es ein zweites Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit. Beide Ankünfte Christi teile ich auch. Die Bibel sagt das auch, ja. Jesus kommt zur Entrückung bis in die Wolken. Bei seinem ersten Kommen kommt dann aber nicht auf den Ölberg. Und bei seinem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit kommt er dann mit der Gemeinde auf den Ölberg nieder. Und dann beginnt Gottes tausendjähriges Reich. Laut der landläufigen Auslegung kamen falsche Lehrer nach Thessaloniki und haben gesagt, sie seien schon in der Trübsal. Und die Vermutung der Thessalonicher war, dass sie sich irgendwo hier innerhalb der 70. Jahrwoche befinden würden. So ist zumindest die Ansicht bei der gängigen Auslegung von 2. Thessalonicher 2. Wir sehen aber gleich, dass der Schriftwechsel zwischen den Thessalonichern und dem Paulus auf einem deutlich höheren Niveau stattgefunden hat, als das allgemein angenommen wird. Wir schauen uns gleich nochmal an, wie die Verbindungen sind zwischen dem 2. und dem 1. Thessalonicher Brief. Weil Paulus im 2. Thessalonicher Brief, insbesondere in Kapitel 2, auf den 1. Thessalonicher Brief und zwar auf Kapitel 5 Bezug nimmt. Das wird bei der Auslegung von 2. Thessalonicher 2 oft außen vor gelassen. Wir schauen uns erstmal diese Stelle an, die dann üblicherweise zitiert wird für den Tag des Herrn. Hier aus Zephania 1. Ich will den Text nicht ganz lesen, aber hier sieht man schon, Seid still vor dem Herrn, Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Da ist die Rede von dem Tag des Herrn. Oder auch hier weiter unten. Und am Tag des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Fürsten und des Königskinder und so weiter. Und dann im Verlauf des Kapitels steht dann hier, Das Herrn großer Tag ist nahe. Und auch hier, wenn das Geschrei vom Tage des Herrn kommen wird, Oder auch hier, dieser Tag ist ein Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel, ein Tag der Posaune und Dromete. Und auch hier weiter unten nochmal, es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können, am Tage des Zorns des Herrn. Aber hier steht ganz deutlich von einem Tag, von einem ganz bestimmten Tag und nicht von einer Phase, so wie immer wieder auch gedeutet wird, dass der Tag des Herrn die Trübsalzzeit wäre, die sieben Jahre dauert. Aber ein Tag sind nicht sieben Jahre. Es gibt in der Bibel die Stelle im Petrusbrief, können wir gleich auch nochmal anschauen, da steht, dass ein Tag vor Gott ist wie tausend Jahre. Aber nirgends in der Bibel steht, dass ein Tag sieben Jahre dauern würde. Und hier unten im letzten Halbsatz sehen wir auch, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Das ist ein ganz bestimmter Tag, an dem plötzlich dieses Unheil über sie kommt, wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg. Das redet vom zweiten Kommen Christi. Die Elberfelder übersetzt hier, ich habe den Luthertext jetzt hier gerade zitiert, die Elberfelder übersetzt hier, denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er machen mit allen Bewohnern des Landes. Dieser Tag des Zornes des Herrn wird auf die 70. Jahrwoche gedeutet und dann wird auch immer gesagt, dass das die ganze Erde betrifft, also Eretz, Eretz Israel, das Land Israel, ja das kann auch Land oder Erde heißen. Und dann wird das so ausgelegt, dass der Tag des Zornes des Herrn die ganze Erde betrifft. Das will ich grundsätzlich nicht ausschließen, aber hier steht halt, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. In dieser Auslegungsversion würde das dann so gedeutet werden und auch gedeutet werden müssen, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die auf der Erde wohnen. Aber wenn das der Fall wäre, dass Gott ein Ende macht mit allen, die auf Erden wohnen, nach der gängigen Auslegung während der 70. Jahrwoche, oder wegen mir auch beim zweiten Kommen Christi auf den Ölberg, dann würde ja kein Mensch mehr überleben auf der Erde. Aber nach dieser Ankunft Christi auf dem Ölberg wird ja sein weltweites Friedensreich aufgerichtet und dann gibt es auch noch Völker und Völkerschaften. Also kann hiermit nicht gemeint sein, dass ein Ende gemacht wird mit allen Menschen der Erde, weltweit, sondern hier steht, denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende, wird er machen mit allen Bewohnern des Landes, nämlich des Landes Israel. Und zwar mit allen den Bewohnern, die sich nicht zu Jesus Christus halten und die auch nicht, wie in Offenbarung 11 steht, Ehre gegeben haben dem Gott des Himmels. Alle anderen, alle die mit dem Antichristen im Bund sind, die werden ein plötzliches Ende finden, und zwar nicht im Laufe eines Prozesses von sieben Jahren, sondern an dem Tag, wenn Jesus Christus mit der Gemeinde auf den Ölberg niederkommt und Gericht halten wird. Wenn es so wäre, dass der Tag des Herrn die ganze Erde betrifft und alle Menschen weltweit, dann würde das bedeuten, dass alle Bewohner der Erde ausgerottet werden würden. Das ist aber nicht der Fall und das steht auch hier nicht im Text. Dann schauen wir nochmal 2. Petrus 3, da steht, Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Da habe ich eben schon mal Bezug drauf genommen. Die Bibel kennt diesen Vergleich, dass ein Gottestag tausend Jahre sind, aber nirgends in der Bibel steht, dass ein Gottestag sieben Jahre wäre. Das ist also eine Deutung, die man in den Text hineinlegt, um diese Aussagen zum Tag des Herrn auf die siebenjährige Trübsalzzeit anwenden zu können, damit dann die ganze Trübsalzzeit als Tag des Zornes Gottes zu deuten und dann mit 1. Thessalonischer 4 zu sagen, dass wir zum Zorn nicht gesetzt sind. Aber dabei wird verwechselt, dass die Trübsalzzeit nicht der Tag des Zornes Gottes ist, sondern der Tag des Zornes Gottes ist dann, wenn Jesus Christus mit der Gemeinde auf den Ölberg zum Gericht wiederkommt. Das ist der Tag des Zornes Gottes, an dem ein plötzliches Ende geschieht und nicht die siebenjährige Trübsalzzeit. Die siebenjährige Trübsalzzeit wird vom Antichrist und seinen Schergen geprägt und die Gräuel, die dann angerichtet werden, die führen zu dem Tag des Herrn und führen zum Tag des Zornes Gottes. Aber die sind nicht der Tag des Zornes Gottes. Das wird immer wieder in 1 zusammengeworfen, was man nicht darf. Aber durch diese Konstruktion kann man natürlich sagen, wenn die ganze siebenjährige Trübsalzzeit der Tag des Zornes Gottes ist und wir nicht zum Zorn bestimmt sind, dann müssen wir auch vor dieser Trübsalzzeit entrückt werden. So ist die Argumentation. Wie wir hier aber sehen, ist die nicht haltbar, weil die aus einem Tag des Zornes Gottes diese sieben Jahre macht. Petrus schreibt dann weiter, Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Wenn Petrus hier vom Tag des Herrn schreibt, dann spricht er davon, dass die komplette Erde verbrannt wird, alle Werke auf der Erde verbrannt werden. Dass sogar die Himmel vergehen mit gewaltigem Geräusch, dass die Elemente im Brand aufgelöst werden. Das ist der große, endgültige Weltenbrand, wenn die jetzigen Himmel und die jetzige Erde vernichtet werden und ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen werden. Das kommt aber erst nach dem Tausendjährigen Reich. Also nach der landläufigen Auslegung umfasst der Tag des Herrn die 70. Jahrwoche, also die komplette Trübsalzzeit, diesen siebenjährigen Bund zwischen Antichrist und Israel, Israel, so wie immer ausgelegt wird, und das zweite Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit und das tausendjährige Reich. Und das ist meiner Meinung nach, und das sieht man auch am Text, so nicht haltbar. Das sind ganz deutlich unterschiedliche Zeitangaben. Einmal handelt es sich hier um eine Frist von sieben Jahren in der 70. Jahrwoche und zum anderen handelt es sich um den Tag des Herrn, so wie Zephania den beschreibt. Das ist der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und Petrus spricht von einer endgültigen Zerstörung nach dem tausendjährigen Reich, wo die Himmel und die Erde vergehen werden und ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen. Und damit haben wir jetzt ganz unterschiedliche Bedeutungen des Tages des Herrn. Wir haben einmal die Bedeutung in Zephania, wo vom Tag des Herrn die Rede ist. Das ist das zweite Kommen Jesu Christi auf dem Ölberg. Und wir haben hier einen Tag des Herrn, so wie Petrus ihn verwendet und bei dem es um die Auflösung der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde geht, weil ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dann gibt es noch einen Tag des Herrn, so wie Paulus den verwendet im 2. Thessalonischer 2. Und jetzt gehen wir mal zu dem Tag des Herrn, so wie Paulus den verwendet, hier in 2. Thessalonischer 2. Da schreibt er, Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung noch erschreckt, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Hier haben wir drei wichtige Begriffe. Einmal, wir bitten euch, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, das ist der erste, diese Ankunft Christi, wo er kommt bis in die Wolken, und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, also der Entrückung der Gemeinde in Wolken dem Herrn entgegen. Und dann haben wir den Tag des Herrn, die Ankunft Christi und das Versammeltwerden der Gemeinde Jesu zu ihm hin, das ist ein und dasselbe Ereignis. Die Frage ist, was meint Paulus mit dem Tag des Herrn? Wenn wir in 1. Thessalonischer 5 gehen, dann steht dort in Vers 23, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist, samt Seele und Leib, werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Hier haben wir also diese Ankunft, Parousia in 1. Thessalonischer 5, Vers 23, und das ist die Parousia und die Ankunft auf die Paulus in seinem 2. Thessalonischer Brief, wo er auf einen Brief der Thessalonischer antwortet und Bezug nimmt auf seinen 1. Brief, insbesondere aufs letzte Kapitel, und hier in 2. Thessalonischer 2, Vers 1, auch Parousia verwendet. Also er erklärt jetzt den Thessalonischern nochmal das, was er in 1. Thessalonischer 5 geschrieben hat, bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, der kommt bis in die Wolken. Und da gab es wohl, so wie Paulus schreibt, tatsächlich Lehrer, die nach Thessaloniki gekommen sind und den Thessalonischern eine andere Sichtweise gezeigt hatten, die meiner Meinung aber nicht damit zusammenhängt, dass die Thessalonischer jetzt schon in der Trübsal wären, sondern die haben die geopolitische Situation im Nahen Osten beobachtet. Zu der Zeit der Abfassung des 1. und 2. Thessalonischer Briefs, da existierte nämlich die Dekapolis noch, das war dieser 10-Städte-Bund, der im Standbild Daniels durch die 10 Zehen und bei diesem schrecklichen Tier in Daniel 7 durch die 10 Hörner vorhergeschattet ist. Und da gab es bestimmte Bewegungen und auf diese Situation haben sich die Thessalonischer in ihrer Anfrage bezogen. Das führt jetzt aber wirklich zu weit, weil das ist sehr, sehr kompliziert und sehr komplex. Diese Bibelferse hier sind auch dunkel und hier finden viele Linien aus der Prophetie Daniels und auch dem Thema der Wiedergeburt Jerusalems zusammen, so dass man sich da sehr viel mehr Zeit nehmen müsste, als wir sie jetzt hier in dem kurzen Video haben. Wen das interessiert, der schaue sich bitte die Videos an zur Wiedergeburt Jerusalems, zum Auseinanderbrechen des Staates Israel und zur Dekapolis. In den Clips, die ich gemacht habe, die sind alle durchnummeriert, findet ihr die Hinführung zu diesem Thema. Wenn man diese Kenntnisse nicht hat, bleibt 2. Thessalonischer 2 dunkel. Aber diejenigen, die die Videos mitverfolgt haben, die wissen genau, wovon ich spreche. Ich beschränke mich jetzt hier nur auf dieses Thema der Tag des Herrn. Also wir sehen, dass Paulus in 2. Thessalonischer 2 von der Ankunft Christi schreibt, von der Parousie und Bezug nimmt auf 1. Thessalonischer 5, wo er schon mal von der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus geschrieben hatte. Es macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, Zephania zu zitieren, der im 7. 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, wenn Paulus im gleichen Briefwechsel diese Begriffe mehrmals verwendet. Wir haben ja auch gesehen, dass Zephania einen anderen Tag des Herrn meint als zum Beispiel Petrus. Und auch Paulus meint einen anderen Tag des Herrn als Petrus und Zephania. Wenn man hier eine Argumentation von Paulus verstehen will, dann muss man sich zu den naheliegenden Bibelstellen hinbewegen. Und zwar insbesondere dann, wenn Paulus in 2. Thessalonischer 2 auf 1. Thessalonischer Bezug nimmt und dort das gleiche Wort Parousia schon einmal da ist und auch der Begriff der Tag des Herrn dort schon einmal erwähnt wird. Denn Paulus sagt in 1. Thessalonischer 5 Vers 2 Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Hier sehen wir, dass Paulus in 1. Thessalonischer 5 Vers 2 diesen Tag des Herrn, den er in 2. Thessalonischer 2 nochmal andeutet, schon einmal beschrieben hat und dort auch erklärt hat. Und den schauen wir uns jetzt mal näher an. Der ganze Sinnzusammenhang ist wie folgt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Über diese Verse in 1. Thessalonischer 5 wird seltener gesprochen. Hier kommt auf jeden Fall der Begriff der Tag des Herrn vor und Paulus erklärt, dass dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht kommt, dass uns dieser Tag nicht wie ein Dieb ergreifen soll, sondern dass wir darüber unterrichtet und unterwiesen sein sollen. Und dass bei diesem Tag des Herrn Folgendes passiert, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, also keine Phase von sieben Jahren, sondern ein plötzliches Ereignis, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Diese Verse schreiben über die Wiedergeburt Jerusalems. Das plötzliche Verderben oder das plötzliche Unheil, wie Luther hier schreibt, das ist die Belagerung der Stadt Jerusalems durch den Antichristen. Genauso wie wir das lesen im Alten Testament in Jesaja 7 oder auch in 2. Könige 19, also bei dem König Ahas in Jesaja 7 oder bei Hiskia in 2. Könige 19. Auch da geht es um Geburtswehen und um eine Frau, die in Wehen liegt. Und darauf bezieht sich hier Paulus. Weil man aber nichts weiß von der Wiedergeburt Jerusalems, deswegen predigt man bei dem Thema der Entrückung und bei dem Thema des Tages des Herrn immer über 2. Thessalonischer 2 und legt da allerlei Bedeutungen rein, insbesondere bei dem Tag des Herrn, die der Text nicht kennt. Weil man eine ganz bestimmte Vorstellung, nämlich die der Vorentrückung vor der Drangsal argumentieren will. Aber wenn man näher an den Text rangeht, dann sieht man, dass das grammatikalisch nicht passt und auch inhaltlich nicht passt. Darüber habe ich in dem ersten Video ja auch schon gesprochen. Hier schreibt nun Paulus davon, dass über sie ein plötzliches Verderben kommt. Wer ist das sie? Davon sagt er hier nichts. Man kann auch diesen Vers 1. Thessalonischer 5 nicht verstehen, wenn man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Wenn man aber etwas davon weiß, dann muss man sagen, dass Paulus mit den Thessalonischern über diese Wiedergeburt Jerusalems gesprochen hat. Die wird plötzlich kommen, plötzliches Verderben, wenn nämlich der Antichrist die Stadt Jerusalem unerwarteterweise, nämlich mitten im Frieden und in vermeintlicher Sicherheit angreift und dann die Tochter Zion in Geburtswehen kommt und auch gebiert. Denn bei einer Schwangeren, die Geburtswehen bekommt, sind die Wehen zwar schmerzhaft, aber sie sind doch erwartet gewesen und sie kündigen ja auch die Geburt eines Kindes an, also eigentlich etwas Schönes und etwas Fröhliches. Paulus beschreibt aber diese Geburtswehen als etwas Verderbliches, als Unheil und das liegt daran, dass das nämlich mit einem militärischen Ereignis zu tun hat, nämlich mit dem plötzlichen und unerwarteten Angriff und der Belagerung der Stadt Jerusalem. Das ist Unheil, das ist Verderben, das kommt über die Stadt Jerusalem und zwar wie Geburtswehen über die Schwangere. Sie werden deswegen nicht entfliehen, weil die Stadt Jerusalem dann eingekesselt ist von den Truppen des Antichristen und die Stadt nicht verlassen können. In dieser Not schreien die dann zum Herrn und dieser Überrest von Juden in der Stadt Jerusalem, der kommt zur Wiedergeburt und damit gebiert im prophetischen Bild die Tochter Zion im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung, so wie Sarah das auch getan hat bei Isaac. Dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, das ist laut Paulus der Tag des Herrn. Das klingt zunächst mal unglaublich und man muss sich beim Lesen dieser Texte Zeit nehmen und vor allem muss man sich Zeit nehmen sich an anderer Stelle und zwar ausgehend von Johannes 3 mit dem Thema Wiedergeburt und insbesondere mit dem Thema Wiedergeburt im Alten Testament zu beschäftigen und sich diese Kenntnisse anzueignen, weil sonst weder 1. Thessalonischer 5 noch 2. Thessalonischer 2 wirklich zu verstehen sind. Für diejenigen, die die Videos aber kennen und die von der Wiedergeburt Jerusalems wissen, für die ist dieser Vers 1 hier kein Geheimnis, sondern die verstehen, dass Paulus mit den Thessalonischern über die Wiedergeburt Jerusalems gesprochen hat, sie das also kannten und deswegen Paulus sagt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, sondern sie wissen das. Paulus hat mit ihnen darüber gesprochen, als er bei ihnen war. Das gleiche schreibt er auch in 2. Thessalonischer 2 und er erinnert sie dort auch daran, dass er mit ihnen darüber gesprochen hat, als er bei ihnen gewesen ist. Er bezieht sich also auf die Zeit, in der er bei den Thessalonischern war und sie aus Daniel und über die Wiedergeburt Jerusalems unterrichtet hat. Und darauf bezieht er sich jetzt hier und sagt, ihr habt nicht nötig, dass euch darüber geschrieben werde, auch nicht über Zeiten und Zeitpunkte. Ihr wisst, dass der Tag des Herrn unerwartet kommt, wenn alle sagen, es wäre Frieden und Sicherheit. Dann wird die Stadt Jerusalem unerwarteterweise angegriffen und sie wird belagert und dann kommt die Tochter Zion in Geburtswehen wie eine schwangere Frau und wird zur Wiedergeburt kommen. Und das, dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, das ist der Tag des Herrn bei Paulus in 1. Thessalonischer 5 und darauf nimmt er Bezug in 2. Thessalonischer 2. Dadurch bekommen aber die Verse in 2. Thessalonischer 2 einen komplett anderen Sinn und einen sehr viel tieferen Sinn, als wir das bei der landläufigen Auslegung üblicherweise dort vermuten. Paulus redet in 2. Thessalonischer 2 also überhaupt nicht von dem Tag des Zornes Gottes, wenn er den Tag des Herrn verwendet. Paulus redet in 2. Thessalonischer 2 von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems. In der landläufigen Auslegung, da sagt man, der Tag des Herrn und der Tag des Zornes Gottes, das ist die Trübsalzzeit und weil wir nicht zum Zorn bestimmt sind, deswegen werden wir vor der Trübsalzzeit entrückt. So versteht man dort den Tag des Herrn und so deutet man auch den Tag des Herrn, was aber meiner Meinung nach eine Umdeutung ist des Tages des Herrn, weil wir ja schon gesehen haben, dass Paulus den Tag des Herrn ganz anders verwendet als Zephania und Petrus. Und von dieser Umdeutung des Tages des Herrn nehmen wir jetzt mal Abstand und nehmen die Begrifflichkeit, die Paulus uns im 1. Thessalonischer 5 an die Hand gibt und dann sieht unsere Schautafel nämlich anders aus, dann spricht Paulus von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems und dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der läutet auch die 70. Jahrwoche ein. Das ist der Tag, der die 70. Jahrwoche auslöst. Der Bundesantichristen mit den vielen, da steht ja nicht mit Israel, da steht ja nur mit den vielen, weil dieser Bundesantichristen nur mit dem abgefallenen Nordreich Israels geschlossen wird, der dauert natürlich auch sieben Jahre. Aber der löst dieses Ereignis der 70. Jahrwoche nicht aus, will ich jetzt aber auch nicht darauf eingehen, weil das hier unseren Rahmen sprengen würde. Aber Paulus schreibt, wenn er vom Tag des Herrn schreibt, von der Tag der Wiedergeburt Jerusalems und dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme, das Auseinanderbrechen Israels, damit sich der Norden mit dem Antichrist in einen Bund begeben kann und der Antichrist muss offenbar werden. Das ist das, was Paulus schreibt. Damit hat Paulus aber zunächst auch noch gar keine Aussage gemacht über den Zeitpunkt der Entrückung. Denn der Punkt ist der, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehören die Menschen, die in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, auch wenn sie Juden sind. Erinnert euch dran, am Anfang zu Pfingsten vor 2000 Jahren waren die ersten Gemeindemitglieder der Gemeinde Jesu auch Juden. Ja, das ist etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Und in der Endzeit ist das auch wieder der Fall. Wenn also diese Juden in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und zwar nicht prozesshaft, sondern in einem traumatischen Ereignis der Belagerung der Stadt an einem bestimmten Tag, dann gehören die auch zur Gemeinde Jesu und damit zum Leib Christi. Weil die aber zum Leib Christi gehören und noch auf der Erde sind, nämlich in Jerusalem, ist bis dahin auch noch keine Entrückung gewesen. Wer diese Wiedergeborenen sind in der Stadt Jerusalem und wie die Bibel damit umgeht und welchen Bezug die zu den beiden Zeugen haben und deren Dienst, kann ich jetzt nicht im Detail erklären. Wen das interessiert, dann muss ich bitte die Videos zu den zwei Zeugen angucken und zur Wiedergeburt Jerusalems, da wird er das finden. Ich möchte mich hier reduzieren auf diese Begrifflichkeiten, die in der landläufigen Auslegung dem Tag des Herrn ständig zugeordnet werden, die die Bibel aber so nicht kennt. Wir sehen jetzt, dass der Tag des Herrn bei Paulus im 1. Thessalonischer 5 ganz eindeutig mit Schwangerschaft und mit Wehen zu tun hat und durchgängig in der Bibel sind die alttestamentlichen Bilder, Vorherschattungen für die Wiedergeburt des Neuen Testaments mit Wehen und Schwangerschaft vorhergeschattet. Und weil Paulus mit den Thessalonischern über alttestamentliche Texte gesprochen hat, denn das Neue Testament gab es ja noch nicht, das hat er ja gerade erst hier verfasst, deswegen bedient er sich dieser alttestamentlichen Bildsprache mit den Wehen, die eine Schwangere überfallen. Weil die Thessalonischer die Kenntnis hatten von der Wiedergeburt Jerusalems, fallen diese Worte des Paulus bei ihnen auch auf fruchtbaren Boden. Und deswegen schreibt Paulus, es ist euch nicht Not zu schreiben, ihr seid bestens informiert. Weil aber heute die landläufige Christenheit von der Wiedergeburt Jerusalems nichts weiß, sind die Texte für sie dunkel. Und die Bibellehrer, die sie erklären, mühen sich mit Pseudo-Erklärungen ab, aber kommen zu keiner sinnhaften Deutung der Verse in 2. Thessalonischer 2, weil sie nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Und deswegen bleiben Ihnen und Ihren Zuhörern diese Verse in 1. Thessalonischer 5 und in 2. Thessalonischer 2 dunkel und unverständlich. Und sie behelfen sich mit irgendwelchen Deutungen, die aber bei näherer Betrachtung nicht sinnvoll, nicht belastbar sind und dem Bibeltext auch nicht entsprechen. So wie wir ja gesehen haben, dass der Tag des Herrn bei Zephania ein ganz anderer ist als bei Petrus und auch ein ganz anderer ist als in dem Verständnis von der Mainstream-Auslegung, die hier aus einem Tag dann plötzlich sieben Jahre macht und auch unterschiedlich von dem, wie Paulus selbst diesen Begriff verwendet. Mir kommt es hier speziell darauf an, dass wir bei der Deutung des Begriffs der Tag des Herrn in 2. Thessalonischer 2 zu der Bibelstelle gehen, die am nächsten in Verbindung mit dieser Passage steht und das ist unbestritten 1. Thessalonischer 5. Die Bibellehrer machen das aber nicht gerne, weil sie 1. Thessalonischer 5 auch nicht verstehen. Und wenn sie es verstehen würden, würde es ihrem Dogma der Voreindrückung widersprechen. Und an all diesen Stellen liegt der Hase im Pfeffer. Und deswegen gibt es so viele Auslegungen und Deutungen, wo viele Zuhörer sitzen und einfach nur ein Fragezeichen auf der Stirn haben, aber sich nicht trauen nachzufragen, weil ihn natürlich die Bibelkenntnis fehlt, um so eine Diskussion überhaupt zu führen. Was ich hier tue, ist, diese Dinge einfach mal zu zeigen und einfach mal aufzudecken, ohne dass man jetzt persönlich wird. Aber um zu zeigen, was in der Bibel steht, was dort nicht steht, was in die Bibeltexte hineingelegt wird, wo übertriebene Deutung zu falschen Ergebnissen führt und wo man bei konsequenten Ansätzen zu anderen, aber sinnvollen und belastbaren Aussagen kommt. Wenn wir so wollen, haben wir eigentlich jetzt vier endzeitliche Tage. Dieser letzte Tag, den ich bisher jetzt nicht groß beachtet habe, das ist das in 2. Petrus 3, wo Petrus sagt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und da wird die ganze Erde zerstört werden. Ich habe diesen Tag deswegen nicht so in Betracht gezogen und mich nicht so sehr dazu geäußert, weil das erst nach dem tausendjährigen Reich kommt. Das, was uns angeht, in der Naherwartung ist, als nächstes Ereignis dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der die 70. Jahrwoche einläutet. Dann gibt es einen zweiten Tag, den wir noch kennen, dass es Jesu kommen in Macht und Herrlichkeit, wenn er auf dem Ölberg kommt. Und dann gibt es noch einen Tag, wo natürlich jetzt alle gespannt drauf schauen. Und das ist der Tag der Entrückung der Gemeinde in die Wolken. Ich möchte mich hier jetzt nicht im Detail zu äußern. Ich sage euch aber ganz deutlich, ich sehe diesen Tag spät. Ich sehe den Tag am Ende, gegen Ende der Gemeindezeit ungefähr hier an der Position. Ich habe das auch in Videos schon ausreichend begründet. Und wen das interessiert, der möchte sich die Videos angucken. Ihr könnt in YouTube eingeben Achim Klein und dann Entrückung. Dann müsstet ihr eigentlich die Videos finden können. Aber auch das sprengt unseren Rahmen jetzt hier. Das, was ich euch hier zeige, wird bei den Vertretern der Vorentrückung auf großen Widerstand stoßen. Warum? Weil die alle Angst haben vor der Drangsalzzeit. Und weil die um Himmelswillen da nicht reinkommen wollen. Damit ist dann aber der Wunsch Vater des Gedanken. Und weil man so eine panische Angst hat, nicht nur vor der Mikrobe, sondern auch vor der Drangsal, ist man bereit, auch fadenscheinige Erklärungen zu glauben. Und zwar leider in beiden Fällen, die ich angesprochen habe. Hauptsache, jemand verspricht uns, dass wir nicht in die Drangsal müssen. Ich hingegen lese die Bibel ergebnisoffen und ich weiß, dass mein Ergebnis für viele erschreckend ist und sie sich deswegen davon abwenden werden. Sie werden versuchen, das zu demontieren und sie werden auch versuchen, dem entgegen zu argumentieren. Was ich hier tue, ist nicht zu sagen, ich will in die Trübsal und mir gefällt die Vorentrückungslehre nicht. Ich persönlich würde mir die Vorentrückung wünschen. Ich persönlich würde am liebsten aus dem Bett nach einem guten Frühstück entrückt werden. Das ist mein Wunsch und meine Vorstellung. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, was sagt die Bibel und worauf müssen wir uns einstellen und einrichten. Und da kann ich nicht anders, als euch das hier zu zeigen und euch aufrichtigen Herzens die Bibel stellen und die Bezüge vorzustellen. Was ihr dann daraus macht, das ist eure Sache. Da habe ich weder Einfluss noch Verantwortung für. Aber wenn mich jemand fragt nach den Themen, dann würde ich ihm genau das hier zeigen und ich glaube, dass das nachvollziehbar ist und auch nicht so sehr schwer zu verstehen. Und natürlich bringt das Unruhe in die bisherige Auslegungsweise. Denn wenn man die Bibelferse so deutlich nebeneinander stellt, dann wird das viele verunsichern. Aber diese Verunsicherung ist eine gute Verunsicherung, denn das, was hier gepredigt wird und wie der Tag des Herrn hier gedeutet und umgedeutet wird, ist dem Wort Gottes gegenüber absolut verantwortungslos. Und es ist auch der Gemeinde Jesu gegenüber verantwortungslos, weil man sie in einer trügerischen Sicherheit wiegt, als ob jederzeit die Entrückung kommen würde und wir mit antichristlichen und endzeitlichen Problematiken nichts mehr zu tun hätten. Die Thessalonicher hatten nicht so sehr Angst vor der Trübsal. Die Thessalonicher haben die damalige politische Entwicklung sehr aufmerksam beurteilt. Die wussten davon, dass die Dekapolis im Standbild durch die Zehn Zehen angedeutet ist und in Daniel 7 durch dieses Tier mit den Zehen Hörnern. Und so kommt auch in der Endzeit eine neue Dekapolis, ein Gebiet der Zehn Städte auf. Die ursprüngliche Dekapolis existierte zur Zeit der Abfassung der beiden Thessalonicher Briefe und es steht sehr zu vermuten, und ich habe das auch in einem Video an historischen Quellen abgeleitet, dass zu der damaligen Zeit die Stadt Damaskus diesem Bündnis der Dekapolis politisch beigetreten ist. Und weil im Buch Daniel steht, dass zwischen den Zehen Hörnern ein anderes kleines Horn aufkommt, haben die Thessalonicher die Vermutung gehabt, dass zu ihrer Zeit das eintritt, von dem Daniels Prophetie spricht, dass nämlich zwischen diesen Zehen Hörnern der Dekapolis ein anderes kleines Horn, nämlich Damaskus, auftaucht, weil um das Jahr 50-55 nach Christus Damaskus in einem Bund gegangen ist mit den Städten der Dekapolis. Das Niveau des theologischen Austauschs zwischen den Thessalonichern und dem Paulus ist, und ich sage das zum wiederholten Male, auf einem absolut und deutlich höheren Niveau als der Durchschnitts Christus heute verträgt, weil er sich im Alten Testament zu wenig auskennt und weil die Bibellehrer die Christen zu wenig ins Alte Testament einführen. Die Worte in 2. Thessalonicher 2 sind hochkomplex und ohne vertiefte Vorkenntnisse in der Bibel nicht zu verstehen. Dem normalen Durchschnittschristen ist das nicht anzukreiden, weil sich ein Christ normalerweise nicht so tief mit den Texten beschäftigt, wie wir das hier tun. Theologen, die aber darüber Bücher schreiben und international vielleicht referieren, muss das unbedingt bekannt sein und die wissen sehr, sehr gut, dass das, was ich sage, biblisch, historisch und innerhalb der prophetischen Linien belastbar ist und dass es nicht so leicht ist, dagegen zu argumentieren. Es ist zu wenig, Andersdenkende zu sanktionieren, gerade bei Themen wie dem Zeitpunkt der Entrückung, der ja eigentlich kein heilsnotwendiger Tatbestand ist, aber deswegen so hart umkämpft wird, weil den Menschen so eine panische Angst vor der Drangsal gemacht wird, statt ihnen zu sagen, dass Gott uns bewahrt, auch in solchen Zeiten bewahrt, wie er sein Volk und seine Leute immer bewahrt hat. Den Thessalonischern ging es nicht um die Angst vor der Trübsal oder die Angst schon in der Trübsal zu sein. Die Thessalonischer hatten eine ganz bestimmte Fragestellung, die sich aber erst ergibt, wenn man die damaligen historischen Konstellationen und die Prophetie Daniels gut kennt und über beides hat Paulus mit den Thessalonischern gesprochen. Die Thessalonischer haben dem Paulus Folgendes gesagt. Paulus, Damaskus tritt in einen Bund mit den zehn Dekapolis-Städten. Ist das nicht das, was in Daniel 7 steht, dass ein kleines Horn zwischen den zehn Hörnern auftaucht? Dann beginnt ja die Prophetie Daniels wieder zu laufen und dann müsste auch die Wiedergeburt Jerusalems kurz bevorstehen. Müsste dann nicht Jesus bald wiederkommen? Und daraufhin antwortete ihm Paulus, dieser Tag des Herrn, dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems kommt nicht, es sei denn, dass zuerst das Auseinanderbrechen Israels komme und offenbart werde der Antichrist. Das heißt also, die Thessalonischer haben im Prinzip genau das gemacht, was viele Ausleger heute auch machen. Die haben in die damalige politische Welt hineingeschaut und hatten eine Naherwartung, dass nämlich der Tag des Herrn, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems und damit der Rückkehr Jesu, kurz bevor stünde. Paulus korrigiert sie und erinnert sie an das, was er ihnen gesagt hatte aus der Bibel, als er noch bei ihnen war. Und das ist die Aufgabe eines Lehrers aus der Bibel, dass er die Menschen wegführt von dem, was sie meinen in der gegenwärtigen Politik erkennen zu können und sie hinführt zu den Wahrheiten der Bibel. Und dann erinnert Paulus sie an das, was er mit ihnen besprochen hat, als er noch bei ihnen war und sagt ihnen, dass dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems nicht kommt, es sei denn, dass zuvor Israel auseinandergebrochen ist. Hier in Vers 3 mit Abfall beschrieben, in griechischen Apostasie. Und der Antichrist offenbart wird, nämlich der Mensch der Sünde. Und was das alles noch auffällt, sagt er, wisst ihr auch, da hält nämlich noch jemand auf. Und dieser Er ist ein Vorläufer vom Antichristen. Das ist etwas, was viele Christen auch nicht wissen. Viele Christen glauben, der Antichrist tauche einfach in der Endzeit irgendwann auf. Aber das ist nicht der Fall. Der Antichrist hat einen Vorläufer. Erst kommt der Vorläufer und dann kommt der Antichrist. Wer sagt das? Johannes. Wo? In der Offenbarung. Johannes sagt, fünf Könige sind gewesen und einer ist. Und der siebte ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und dann kommt der achte und der ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Wenn man diese Verse aus der Offenbarung zusammen mit den Versen aus Daniel 11 betrachtet und sieht, dass in Daniel 11 sieben Seleukiden Könige nach biblischer Zählweise aufgelistet werden bis zu Antiochus Epiphanes, wobei ein historischer ausgelassen wird. Und dass dann die Bibel einen Sprung macht von dem historischen Epiphanes zu einem endzeitlichen König, der tut, was er will, dann hat man dort sieben Könige und einen achten. Und dieser achte König kommt von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und das ist laut Johannes der Antichrist. Wo kommt der Herr von den sieben und zwar von den sieben Seleukiden Königen? Das ist es, was Paulus hier meint. Er sagt, diese ganze Sache der Wiedergeburt Jerusalems, das Auftreten des Antichristen und der Abfall oder die Apostasie werden noch aufgehalten von dem Vorläufer des Antichristen. Und dieser Vorläufer, dieser siebte König in Anführungsstrichen, muss beiseite, Ekmesos, aus der Mitte kommen. Der muss aus der Mitte getan werden. Und dann kommt der achte, dann kommt der Antichrist, den der Herr töten wird mit dem Hauch seines Mundes. Dann wären wir jetzt am Ende, wenn wir uns reduzieren wollen, in aller gebotenen Kürze auf diese wenigen, sehr sehr schwierig zu verstehenden Verse aus 2. Thessalonischer 2. Das, was ich euch sage, hat seine Bezüge in Daniel im Alten Testament, seine Bezüge in der Offenbarung. Und diese Texte müssen wir an anderer Stelle erst kennen, die müssen wir studieren, mit denen müssen wir heimisch werden und verstehen, was die sagen. Und erst wenn wir auf diesem Niveau sind, dann können wir verstehen, was Paulus den Thessalonischern gesagt hat. Denn das, was wir hier lesen, ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse versteht man nicht im Vorübergehen und auch nicht, wenn man sie fadenscheinig erklärt. Sorry, das ist meine ganz ehrliche und ganz offene Meinung zu der üblichen Auslegung, die er landläufig zu den Texten hört. Wen die Thematik interessiert, dem empfehle ich meine Clips anzuschauen, meine Videos anzuschauen. Die sind durchnummeriert von Nummer 1 bis Nummer, ich weiß nicht, 120, 130, 140. Ihr könnt auch die Playlist anschauen, da gibt es Playlists zu, da sind die Videos auch thematisch zugeordnet. Ich kann auch nicht ständig alles wiederholen, weil da wird es langweilig für die, die sich die Mühe gemacht haben, die Videos schon anzuschauen. Aber die, für die das hier neu ist, denen empfehle ich das sehr herzlich. Nehmt euch die Zeit, schaut euch die Videos an, prüft das an der Bibel nach. Das ist wichtig, damit wir einen festen Grund finden. Es ist nicht so, dass eine andere Meinung zur Entrückung eine Verführung wäre. Verführung ist es, wenn Menschen von Jesus weggebracht werden. Bevor jemand jemand anderen tadelt, weil er eine andere Meinung zum Zeitpunkt der Entrückung hat, sollte er sich erst noch mal die beiden Thessalonischer Briefe genau durchlesen und eine Wortstudie machen zu dem Worttag des Herrn. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Thessalonischer 4, Vers 18. Paulus schreibt dazu, tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Hier bezieht er sich auf das Thema der Entrückung. Die Thessalonischer waren in einer Situation, die dermaßen hart war, dass Paulus ihnen das Geheimnis der Entrückung als Trost gegeben hat. Es macht keinen Sinn, heute darüber zu streiten. Wenn wir über die Entrückung streiten, zeigen wir damit nur, dass wir zu einer degenerierten Christenheit gehören, die dem Niveau der Thessalonischer und ihrer Glaubensnachfolge in keinster Weise gerecht werden. Damit möchte ich schließen. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Hab schlad, alles Gute, mit 2, 5, 7, 6, 6, Cuz hier hat alles Gute, Gottes Segen joining, Sahara, ins figured zusammen, Mit Hölle Klupe, nicht. Vielen Dank.